SP40 nach weisem Oberbruch in sieben Minuten. Ich liebe die Teile total. Ich schriebe die Dinge, würde Frau Marmelade sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Du und ich, wir sind das, was wir als Glück beschreiben. Du und ich lassen Liebe auf, das Leben reimen. Wir sind wie der Nabel, unsere Welt sind bedingungslos. Einen guten Tag, schlechten Tag, passen auf uns auf. Die Liebe sind wir, alles mit dir, ist wie der Grund, warum man lebt. Wir zwei sind wie ein offenes Buch, in dem das Leben schreibt. Die Liebe sind wir, alles notiert, ist das, was ewig bleibt. Kein Licht mehr, genug für mich. Ohne dich, die Liebe ist wie wir. Du und ich geben uns den Raum, völlig unzudenken. Du und ich lassen uns niemals von einem Drehbuch lenken. Wir sterben für den Augenblick, sind frei und leicht, den guten Tag, schlechten Tag, ohne ein Tabu. Die Liebe sind wir, alles mit dir, ist wie der Grund, warum man lebt. Wir zwei sind wie ein offenes Buch, in dem das Leben schreibt. Die Liebe sind wir, alles notiert, ist das, was ewig bleibt. Kein Licht mehr, genug für mich, ohne dich. Die Liebe sind wir, alles mit dir, alles mit dir, ist das, was ewig bleibt. Wir sind für uns da, im guten Tag, im schlechten Tag, lassen uns nicht bloß. Die Liebe sind wir. Wir zwei sind wie ein offenes Buch, in dem das Leben schreibt. Die Liebe sind wir, alles mit dir, ist das, was ewig bleibt. Kein Licht mehr, genug für mich, ohne dich. Die Liebe ist wie wir. Die Liebe ist wie wir. Die Liebe ist wie wir, alles mit dir, ist das, was ewig bleibt.